Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Infinity Train. Heute wieder mit dabei Fonzie Hallo Und Davy Hallo So, während ich die Schienen neu gebaut habe und die Anhänger hat da Fonzie die erste Strecke nach oben fast fertiggestellt Es fehlt jetzt noch ein paar Meter für den jetzt noch 80 Fricker 90 90, ok, 90 Ähm Danach werden wir noch die andere hochziehen Dann haben wir die Goldmine endlich angeschlossen Und dann geht es weiter zur Diamantmine Ich wünsche euch viel Spaß und uns viel Glück Also ihr könnt gleich schauen, dass das, was ich noch nicht gesehen habe Die Schleiminsel da drüben, dass die so aufteilt ist So So Geht gar nicht, weil ich die Distanz halt hinten auch Ja komm mal hoch zu mir, schaut was geil aus Okay Den auch immer, ich sehe nicht in der Luft rumlaufen Okay Ja Na lol Das schaut gut geil aus Bleib mal lieber bei meiner Maschine nicht, dass der irgendwie einen Blödsinn macht Okay Okay Ähm Haben wir noch Erde da, weil dann brauche ich da mal manuell weiter Ja Ja in den Hängern danach, da müssen halt noch was drin sein Ja Ja man sieht, ich habe einiges an Schienen nach Bord Ich glaube ich habe unser Hänger auch jetzt Ich glaube ich habe unser Hänger auch jetzt Ich glaube ich habe unser Hänger auch jetzt Ja 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 Ich glaube das sollte ich auch gleich sein Ja 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 Du hast die zweite Gleisbohrmaschine, oder? Ja Die habe ich angeschickt Ja Ja Es ist schön, dass ich sehr praktisch Leiner bauen konnte Schon gut Ich kann das noch weggraben und dann müssen wir da eh eine Schleife machen Ja Ja Das ist noch lustig Wir machen jetzt eine grobe Kurve einfach rein da Ja sowieso wie gesagt, die Feinarbeiten Ich fühle einfach mal, dass die Goldmine mit angrengt ist Ja Die ganzen Verschönerungen kommen dann später. Das sind die Versteigungen. Und so brauchen wir die Erde. Hm. Man. Man. Ja. Ja. Ja, wir fahren weiter. Ja, Expansionsziele. Wissen wir da jetzt schon was? Wir müssen auf jeden Fall mal alle Minen anschließen. Und es muss für jeden Mitspieler Grundversorgung stehen. Wir müssen jetzt mal zwei Sachen, die ich gesagt habe. Ja. Ja. Ich glaube ich es noch raufschaffe. Hühnchen du bist im Weg, komm. Go Hühnchen. Go Hühnchen. So, das geht weg, das geht weg. Das war die letzte Strecke passt. So, das ist ja nicht. Geht weg. Ich bin weg. Geht weg. Nein, da ist ja nicht so ein Wirbel. Schlafen wird nicht auf der Arbeit. Schlafen wird nicht auf der Arbeit. Na, wie du immer, aber... So, das... ... wird gleich sterben, wenn es sich gleich abhaut. Was stirbt? Ein bisschen. Zack, tot! Was? Das zweite? Überlebst, lol. So... Bleibst du bitte sch... 1... 3... Verbremse ich, ist halt ab... ...mal heftig. Na, du... Was erwartest du? Du hast zwar gewohnt. Ich bin bergauf gefahren, hallo! Und habe mich bremsen können. Ähm... Shit. Äh, kannst du mir da E-Schiene legen, bitte? Ich habe keine mehr. Na, können wir natürlich 2 E-Schienen. Platz machen da. So... Ah, ist gut gefolgt. Da. Hast du noch normale Schienen? Also... Break-Rack-Schienen? Ich hab... Ja, habe ich noch. Aber mach das da schnell händisch. Da brauchst du jetzt nur Kies reinlegen. Schneller. Ich habe schon alles eingelebt. Okay, äh... Ausnahmsweise. Ja, alles eingehend. Ja, da vorne bin ich jetzt gerade erst dran. Hetz mich. Ich habe mit dem Hühnchen gerade die Erde weg. Also... Mit dem Hühnchen? Also dem Hühnchen. Ja. So, dann... In die andere Richtung wieder. Hallo Hühnchen! Kannst du dann kurz die Werkbank... Die... Die... Die Zugwerkbank aufnehmen? Wenn du da fertig bist. Ja, ja. Ach, ja. Braucht ihr noch irgendwas? Äh... Essen. Ich habe gefragt, ob ihr jetzt Kies oder sonst irgendwas... Weil ich komme an ihnen kurz vorbei. Äh... Nö... Eigentlich... Ich habe schon nicht... Die Kies haben wir eigentlich... Sind wir jetzt fertig. Ja, weil das da hinten... Das machen wir jetzt nochmal grob. Genau. Hast du jetzt noch L-Schienen mit irgendwo? Nein, gell? Nein, nicht. Deswegen habe ich gesagt, du sollst mal die Zugwerkbank aufstehen, bitte. Ah, steht das hier. Aufstehen hast du gesagt. Wie hast du gesagt? Eieieieiei... Nicht abbauen. Auf. Sonst sind die Schienen weg. Schienen sind weg. Schienen sind weg. Ja, oder? Top. Auf. Vorkurven. Vorkurven. Nein, die bin ich noch nicht. Ihr Stück. Wir waren das Rezept dafür. Ähm... Sag ich da gleich. Drei M-Kurven. Drei M-Kurven. Drei M-Kurven. Drei M-Kurven. Drei M-Kurven. Ja, das weg, das weg. Soll ich euch noch eine lange gerade? Da... Eine reicht, glaub's ich noch hinten dranhängen jetzt bei der bestehenden, oder soll ich 2 dran machen das ich jetzt selber. Wie meinst... dann? Bei der bestehenden! Wir haben ja schon eine Steine so liegen. Aber ich schließe gleich an, dann können wir schauen, ob wir da noch irgendwas versetzen müssen. Hopp, 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 er da? Ja genau, ich hätte da jetzt noch 2er. Da dann die V-Kurve dran. Genau. Nein! Wollen sie macht alles kaputt. Oh, da kommt eine Debi. So lange ich nicht bin. Debi weiß ich hab's genau gesehen. Ja, ja. Einmal bitte anziehen. Sorry. Sie klagt vorher wenigstens nicht gleich, wenn sie kommen. Ey, sie hat sich bei mir, sie hat sich mir in den Weg gestellt. Ja, Ausreden. Äh, mein Imental ist voll. Ich zieh jetzt gleich nicht mehr. Wie mach ich den Rucksack jetzt auf? E, oder? Nein. Ganz normal, indem du einfach auf E trittst und dann rein zwischst. Ah, da, da. Oben hast du jetzt ein neues Fenster gekriegt. Äh, ne, einen neuen Tepp hast du jetzt dazu gekriegt. Nein, ich nicht. Dann hast du ihn noch nicht reingezogen. Du musst ihn anziehen. Du musst ihn anziehen. Ja, dann gehst du auf den Richtungsflot und dort kriegst ihn an. Ah, okay. So, gut, gut, gut. Ach, da. Uhu, ich hab Platz immer da. Wie geil ist denn das? Ähm, ich fahr da beim Zug. Hast du alles da? Ja, ich weiß nicht, was ich von geraden noch brauche. Bleib da. Ich bleibe da, dass du umdrehen kannst. Rückfahren kannst. Ja, dann sind wir beim falschen. Da müssen wir wieder komplett... Nein, 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 nein. Wir sind am richtigen Gleis. Am richtigen Gleis. Ich glaub's mir. Machen wir's einfach. Gerade ist schon viel zu weit davon. Ich hab nicht ohne Grund vorne aufgehört. Ich kann nicht schlafen. Ich bin am Weg nach Hause. Dabei. Ist alles korrekt, Antares? Ja, wenn ich... Glaub's mir. Wenn ich jetzt wende, fahr ich... Glaub's mir. Dann fahrst du am richtigen Gleis retour. Dann fahr ich aber komplett retour, oder? Ja. Wir müssen entladen. Wir sind voll mit... auch noch dazwischen. Dann nimmst du viele Hänger mit. Ja, aber der Zug schafft irgendwann auch nicht mehr die Hänger. So... Möchtest du mal die anderen Hänger zurückbringen, die wir nicht mehr brauchen? Ach geil, jupi facken. Nicht mit. So... Haben wir hier noch einiges zu bearbeiten? Ja. Ich hab jetzt schon keinen Bock drauf, hab ich schon gesagt. Mit der Anstrengung pur. So... So... Also, wie machst du die Schleife, okay? Ja, ja. Ah, das muss ich ihn wegmachen. Nein, das war nicht... Ach, ernst. Wir nicht rüber, okay? So... So, schon kurz... Dankeschön. Ah, eine AIM-Schiene brauche ich, eine AIM-Schiene brauche ich. Eine AIM? So, eine AIM, ja. Danke. perfekt ab dem berg da gleich noch mal weg da oder weil ich uns ein neues china mit ja ich sag so lange nicht stört kann zum stehen lassen wir haben angeschlossen komfort ja ich muss erst mal sprich nach sicher hat sie mir zerstört das war noch drin da werde ich noch kommen mit dem bilder haben also ich kann noch fahren auf alle schienen da dran sind verfliegt bitte die dinge entlang ich habe eigentlich alles gebaut aber ich war schon mit 30 kammer bitte also hinten drin ist jetzt hinten drin war die tv jetzt schön schön laut nachgekommen bei itp meinst du ich bin auch laut sein lassen auch mal alle zwölf hänger dranhängen die ich baut habe nein nein da die da wir sind nicht schon auf der maximalkindlichkeit ja der beladen der komische rote da auf schnell die brücke kommt lassen kopf nicht zu hängen jetzt geht es bergab so 45 50 also wir müssen die hänge anhängen fach das haben wir klein 40 wir waren schon gut wenn man da schon wohnt da brauche ich das nicht einmal um spitz zu hören Wir fahren mit der Chuchu-Bahn. Chuchu! Bei mir hinterm Haus gehen schon Bahnschienen lang, ja? Da braucht das nicht wirklich jetzt noch zu kommen. Ebi, nimm was anderes in die Hand aus als den Gleiter. Schaut so doof aus. Danke. Du hängst nämlich so halb raus aus dem Fahrgrund dann. Warum nicht? Das doziert's auch. Beim Panda schon raus. Wenn du dann auch in der Hand jetzt geht's, komischerweise. Wenn du dann wieder einsteigst, ist das zu komisch. Ja, weil es sich automatisch im Rechtskrieg macht, ne? Mit Rechtskrieg wirst du aber auch in... Ah ja, stimmt. Dann war ja was. Aber ich seh die Hänger noch nicht. Nee. Aber die stehen direkt nach der Schrägen, kurz danach. Außer sie sind despawned. So ein Creeper hat sie mitgenommen. Das wär jetzt bitter. Der hätte ja jemand in der Nähe sein müssen. Hört hast du nicht die wegschoben. Der hatte so Speed gehabt, der eine, gell? Ja, ja. Aber so weit weg waren die auch nicht. So weit weg waren die auch nicht. Was ist denn die ernsthaft? Diespawned? Oder hat die irgendein Viecher angeschoben? Knochen. Sehr verdächtig. Okay. Na gut. Wir schauen mal, dass wir dieses Mysterium der Palloner Wagons bis zur nächsten Folge aufklären können. Ansonsten möchte ich mich für das Zuschauen bedanken. Ja. Wünsche ich noch. Bis dann. Tschüss. Baba. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.